Das Matador-Programm für Schulkinder ab dem 6. oder 7. Lebensjahr ist natürlich auch wieder aus feinem Buchenholz, doch sind die einzelnen Bauteile kleiner und zarter. Der größeren Geschicklichkeit der Kinder angepasst sind die Modelle reicher an Bewegung. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Um ein rechter Matador-Spieler zu sein, sollte man wissen, wie man das schöne Spezialwerkzeug aufbewahrt. Mit dem Matador-Werkzeughalter kann man es am Gürtel tragen. Dieser Werkzeughalter ist überall gratis dabei. Das Werkzeug selbst, das die Geschicklichkeit der Kinderhände weiter fördert und den Spaß am Spielen vermehrt, besteht aus zwei Teilen. Dem Kombihammer, der auf der einen Seite schlägt und auf der anderen zieht. Und dem Durchstoßer, der beim Zerlegen hilft, die Stäbe zu entfernen. Von den Stäben gibt es zwei Arten. Die hellen Stäbe, die alles miteinander verbinden. Und die dunklen Stäbe, über die sich alles drehen lässt. Will man die dunklen Stäbe befestigen, steckt man vorher ein Hütchen drauf. Davon gibt es wieder zwei Arten. Die hellen Hütchen für überall und die dunklen Hütchen für die Mittellöcher von Rädern. Darin hält der Stab dann besser, wenn man mit Kraft dran dreht. Die Bauanleitungen zeigen Stufe für Stufe, voll durchschaubar, wie ein Modell entsteht. Dort, wo die Hand zu sehen ist, nimmt das Bauwerk seinen Anfang. Dort ist der Startpunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Matadorian zeigt an, ob es sich um ein ganz leichtes Modell für Anfänger oder, wenn er am Siegerpodest steht, so wie hier, um ein Modell für Geübte handelt. Auch dieses Programm für die größeren Kinder enthält Bausätze in allen Preislagen, von der ganz billigen Modellpackung bis zur wertvollen Universalschachtel. Anhand des Faltkataloges, dessen Spezialfaltungen Sie schon kennen, auf der einen Seite Matador für Kleinkinder, auf der anderen Seite Matador für Schulkinder, wenden wir uns zuletzt noch dem Schulkinderprogramm im Einzelnen zu. Sehen Sie nur, welchen Inhalt die drei Universalschachteln haben und vergleichen Sie diese Vielfalt mit den Preisen mancher Plastikbaukästen. Musik Musik Und die Modellpackungen Schaukel? So sehen die Packungen 618 bis 624 innen aus. Und nun zum Matadorprogramm Funktion für Kinder ab 8 Jahren. Hier das Modell des Baukastens 629. Eine funktionsfähige Druckmaschine zur Herstellung von Kindervisitkarten. Musik Und dieser Webstuhl, ein Modell derselben Packung, dient zur Herstellung von bunten Webstücken bis zu 22 cm Breite. Musik Der Baukasten 630. Er enthält dieses funktionsfähige Spielwerk. Musik Oder dieses Klavier. Im Matadorprogramm Technik gibt es Baukästen für Kinder ab 9 Jahren. Zum Beispiel den Baukasten 628 Space Shuttle. Dieses Programm ist in besonderen Geschenkkassetten verpackt. Musik Der Brückenkran. Oder dieser Hubstapler. Und hier noch der Hafenkran. Matador bietet folgende Antriebe. Die Packung 533 Solarenergie beinhaltet eine Solarzelle samt Motor zum Antrieb von einfachen, kleinen Modellen mit Lichtstrahlen. Musik Einen 3-Volt-Motor für alle beweglichen Matador-Modelle und eine Drahtfernlenkung gibt es in der Packung 534. Musik Schließlich der Matador-Sammelbehälter in der Packung 535 mit Zwischenfächern. Stapelbar. Der Deckel des Sammelbehälters ist gleichzeitig als Spielfläche verwendbar. Matador. Ein umfangreiches Programm. Ein Stück Natur in der Hand unserer Kinder. Musik 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 Musik